Philippe Chakotet, die leere Loggia Ein paar Tage vor Weihnachten bekamen wir von A.C. eine Postkarte aus Italien, auf der stand, dass sie uns nach den Feiertagen besuchen wollte. Diese Karte zeigte einen Ausschnitt aus der Verkündigung des Giotto in der Scrovegne-Kapelle, den ich bisher nie beachtet hatte. Eine leere Loggia, in deren Ecke eine Holzstrebe einen farblosen Vorhang trägt, dessen unterer Rand im Winkel eines der beiden gotischen Fenster ruht, als hätte man verhindern wollen, dass er es verdeckt und im Winde flattert. Hinter der Loggia mit ihren drei übereinanderliegenden rosa Kranzgesimsen und links von ihr sieht man das Himmelsblau mit ein paar Wolken, es sei denn, es sind, aber das glaube ich nicht, Feuchtigkeitsflecken auf der Wand. Die Frische, das Geheimnis dieser leeren Loggia hat mich sofort berührt. Das Bild hat seinen Platz auf dem Kaminsims gefunden, in dem bunt zusammengewürfelten Lager der Glückwunschkarten. In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember, gerade als wir mit ihren Gefährten und anderen Freunden zusammen Neujahr feiern sollten, ist A.C. bei einem Verkehrsunfall gestorben, hier ganz in der Nähe, nicht weit von dem Haus, das sie begonnen hatten, sich zu bauen. Weil es so üblich ist und weil wir uns nicht entziehen wollten, vor allem aber, so vollkommen absurd das auch scheinen mag, weil wir sie nicht allein lassen wollten, sind wir in die Leichenhalle des Hospizes von Grignon gegangen, wo man sie auf das gebettet hatte, was man, wenn ich richtig verstanden habe, einen Kühltisch nennt. Schwer, dem ins Gesicht zu sehen. Noch schwerer sollte es am nächsten Tag werden, als man sie uns unbedingt ein letztes Mal im Sarg zeigen wollte, kurz bevor er geschlossen wurde, plombiert für die Rückkehr nach England. Und aufrecht dahinter, unbewegt, der Mann vom Bestattungsinstitut, der darauf zu warten schien, dass man ihn zu seinem Arrangement beglückwünschte oder einen Termin vereinbarte. Sie, deren Gesicht immer von der Sonne gebräunt war, obwohl sie die meiste Zeit in einem Nebel- und Regenland lebte, sie war jetzt bereits gelb wie Wachs. Einmal mehr begriffen wir, dass der Körper nur eine Hülle ist, dem Schönheit, Anmut nur geliehen sind. Dass dieser Körper, sobald das Herz aufgehört hatte zu schlagen, aufgehört hatte sie zu sein. Dass sie, die wir gekannt hatten, wenn sie noch irgendeine Art von Existenz besaß, bereits fort war. Keinerlei Beziehung mehr haben konnte zu dem Grauenhaften, welches vor unseren Augen begann. Hatte sie irgendeine zu dem grauenhaften Zufall, von dem sie getroffen worden war? Würde sie woanders erblühen, anders, nachdem sie es unter unserem Himmel so ruhig, unbeirrt getan hatte, unter dem Himmel der Lebenden? Ich habe das leichte Lager der Glückwunschkarten auf dem Kamin Sims geräumt, das Bild an mich genommen, auf dessen Rückseite die letzten Zeilen stehen, die sie uns schreiben sollte. Natürlich, obwohl ich kaum an Träume, Prophezeiungen und noch weniger an die angeblichen Verschwörungen der Sterne für oder gegen uns glaube, kann ich es jetzt nicht verhindern, dass ich den weißen Vorhang von Giotto's Fresco als Leichentuch sehe, aus dem man die Tote fortgenommen hat. Und die Loggia ist nun wirklich leer und niemals mehr wird sich hier die junge Frau zeigen, herunterbeugen, für die, so möchte man glauben, diese zarten Farben geschaffen wurden. Und so ist dieses Bild ganz und gar geheimnisvoll geworden. Es gehörte, gehört immer zu einer Szene, da ein strenger Engel einer reglosen und ernsten jungen Frau eine Nachricht überbringt, die uns allen bekannt ist, an die nur sehr wenige weiterhin glauben, selbst wenn sie noch immer von ihr berührt werden. Für mich wird dieses Bild von nun an mit einer anderen schrecklichen Nachricht verknüpft bleiben, mit einer Szene, in der die Engel, und das ist das Mindeste, was man sagen kann, unsichtbar, unerreichbar sind, in der es nicht einmal Dämonen gibt, und deren Gegenwart wäre alles in allem eher beruhigend. Nur Dunkelheit, ein Peitschenhieb in der Dunkelheit, eine Art schwarzes Loch, das Grauenhafte, das man nicht begreift, die Auflösung in der Nacht. Dennoch sehe ich diese Loggia, hell, in Elfenbein und Rosa gemalt, wie ein jugendlicher Körper, offen, und das Hintergrund blau und den zur Seite gezogenen Vorhang, das leere, halb zusammengeraffte Leichentuch. Niemals werden wir jemanden sehen, der sich aus dem einen oder anderen dieser schmalen Fenster beugt. Andrea C., musste sie auch noch einen italienischen Vornamen tragen. So wie wir sie gekannt, geliebt haben, wird an keinem Fenster mehr zu sehen sein, unter keinem Himmel dieser Welt. Das Gleiche wird auch der Reihe nach über jeden von uns gesagt werden. Doch seltsamerweise sehe ich weiterhin dieses Blau, das von der Seite hier in die offene Loggia strömt, mit dem sie sich füllt wie ein Glas. Manchmal, und auch das ist seltsam, könnte man glauben, es bestehe kein großer Unterschied zwischen dem Himmelsblau und den Vögeln, seinen Bewohnern. Wir müssen den glücklichen Kelch, den Andrea stets in ihren beiden sonnengebräunten Händen zu halten schien, unter diesem Himmel noch weiterreichen. Trotz allem, wo sie ist, das könnte schlimmer sein, als immer zu Regen und Nebel um sich zu haben, was ihr so verhasst war, dass sie davon träumte, im Süden zu leben. Aber das ist nur so eine Redensart, ich weiß. Eine Art, noch nicht zu sagen, dass sie nicht mehr ist. Auf keine Art, dass unsere ewigen Geschichten von Regen und schönem Wetter sie nichts mehr angehen, so wenig wie unsere ewigen Geschichten von Licht und Schatten. Unser Hin und Her von einem Ort zum anderen. Das Strecken unserer Muskeln, das Lockern unserer Gelenke von Mal zu Mal mühsamer für die Morgenetappe jeden Morgen. Unsere Sorgen, unsere Tröstungen, unsere Wut. Ein für alle Mal wurde ihr diese Last, die man zu tragen hat, abgenommen, sei sie düster oder voll Licht. Das geschah auf eine Art, von der einem übel wird, verbunden mit Umständen, von denen einem auch übel wird, auf andere Weise. In ihren Schlachten trugen die Menschen von einst Rüstungen, wir nicht, wir würden nicht einmal mehr deren Gewicht ertragen. Auch für ihren Geist gab es einen Gedankenpanzer. Obendrein wurden sie klugerweise noch von Kindheit an abgehärtet. Unsere Rüstung hat nur noch Mängel, durch die uns alle Schläge treffen. Und unsere Gedanken wenden sich eher gegen uns selbst, wie ebenso viele Pfeile oder Lanzen. Einmal mehr versagt, zerfällt mein Denken vor diesem Tod. Als könne jedes Wort, als liefe jedes Wort Gefahr, vor ihm nichts anderes mehr zu sein, als Sand in den Augen. Wäre es auch der Goldstaub der Morgendämmerung. Um ein Schutzschild zu sein, um das Unerträgliche zu verdecken und zu verschleiern. Und in den Stufen des Bösen gibt es noch Schlimmeres, das weiß man, langsamer, heimtückischer, niederträchtiger. Gern würde man sagen können, folge mir, ich öffne dir diese geheime Tür, durch die ich selbst nicht treten kann, darum weiß ich nicht, wohin sie führt, aber es soll ein Raum sein, in dem deine Arme ihre Sonnenbräune nicht mehr verlieren. Eine Art Exil, eine Art Gefangenschaft im Licht. geben sich im Licht. Un Trump radial back bis zum ла